Monika Wahler, Stadträtin der Wiener Grünen und im Spitzenteam der Grünen für die EU-Wahl. Warum sollen wir am 7. Juni Grün wählen? Am 7. Juni sind Europawahlen und man soll unbedingt Grün wählen, weil die Grünen kämpfen glaubwürdig seit vielen, vielen Jahren für eine andere EU, für ein anderes Europa, für eine ökologische, solidarische und wesentlich demokratischere Europäische Union. Gerade jetzt die aktuelle Wirtschafts- und Finanz- und Sozialkrise mit steigender Arbeitslosigkeit, steigender Armut, Verteilungsproblemen zeigt, es braucht eine Alternative in Europa. Und diese Alternative sind die Grünen. Und wir kämpfen für ganz, ganz viel, wofür es sich lohnt zu kämpfen und auch auf die Straße zu gehen. Wir kämpfen für eine europaweite Grundsicherung, für europaweite Mindestlöhne, gegen die Einkommensschere zwischen Frauen und Männern, also für eine echte europäische Sozial- und Beschäftigungsunion, für den Vorrang der Grundrechte, vor dem entfesselten Markt und dem Neoliberalismus, den die EU in ihrer derzeitigen Verfasstheit jetzt darstellt. Wir kämpfen für ein ökologisches Europa, des Klimaschutzes, mit Ausstieg aus der Atomkraft, mit gentechnikfreier Landwirtschaft, mit biologischen Lebensmitteln. Wir kämpfen für eine aktive Neutralitätspolitik Österreichs auf globaler Ebene und für Abrüstung und für die Erhaltung des Friedens und Menschenrechts- und Friedenspolitik in Europa für ganz, ganz viel. Wenn Sie kritisch sind und engagiert sind und Europa interessiert sind, dann kommen Sie am 7. Juni zur Europawahl, versäumen Sie nicht Ihre Chance, für eine andere EU zu wählen, die Grünen zu stärken, drei tolle Frauen im Europaparlament zu stärken. Wir sind ein Spitzenteam von Frauen. Die Ulrike Lunacek, die Eva Lichtenberger und ich würden uns sehr freuen über Ihre Stimme. Wir kämpfen für Ihre Rechte in Europa. Danke für das Gespräch. Bitte!